So, nur noch knapp zwei Wochen bis zur großen Neueröffnung vom Bioladen Schimmel hier in Cottbus. Und das ist der Gastronomie- und Bistro-Bereich, oder? Jawohl, wir befinden uns in einer von zwei Sitzecken, ringsum Holz, schön abgeschottet, damit man Ruhe verweilen kann, Ruhe speisen kann. Und Terrassenbereich habt ihr auch? Terrassenbereich ziemlich groß, sehr groß eigentlich, doch mit drei großen Sonnenschirmen, viel Platz und auch abgeschottet von der Straße. Wer keine Zeit hat zum Verweilen, kann der mitnehmen? Er kann mitnehmen, er kann seine Speisen mitnehmen, Kaffee, Kuchen, alles auch außer Haus und mit nach Hause nehmen, genau. So, und das ist der Küchenbereich und da stellt sich die Frage, was gibt es denn alles? Bei uns gibt es eine vegane, vegetarische Küche mit Suppen, Salate, Kuchen, Desserts, Kuchen drüben in der Bäckerei. Gerne mit dem Kaffee zu genießen, bei Caterings gruzen wir noch gerne Fleisch, Ochsenbäckchen, Fisch, alles möglich. Perfekt, also zum hier genießen oder zum Catering bestellen? Auf alle Fälle. Wenn Sie dann einfachen die Kaffee zu genießen, oder zum Hier so true sind, ist das Blöden im Nussstatuen эlgeroc Kuchen, und noch gerne активst